Ja, halli, hallo, liebe Flugfreunde, ich bin's, der Tenshi und wir spielen heute RoboCraft. Und das letzte Mal habe ich ja gesagt, ich werde mir noch einen aussuchen. Und zwar habe ich mir den F-22 ausgesucht mit 36 Millionen blablabla zerquetschte Punkte. Das Problem war natürlich, es gibt mehrere, die F-22 heißen, aber ich glaube, das ist der F, kleines F-22. Deswegen habe ich jetzt in mein Formular, wo ihr euch anmelden könnt, eure Bots anmelden könnt, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, in dem Formular habe ich dann reingeschrieben, dass eure Ingame-Name noch reingeschrieben wird, damit ich, ich hoffe, das ist jetzt der Richtige hier, der hat 36 Millionen, heißt F-22. Ich gehe mal davon aus, dass er da ist, von Arthur 1804. Und ja, dann nehmen wir den, wir hiren den mal, so mal ein bisschen hiren, so, ich hire ihn. Und dann werden wir den natürlich sofort auch fliegen wollen. Oh, nee, puh, jetzt hätte ich fast was Falsches gemacht. Jetzt hätte ich fast meinen TXer genommen. Nein, 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 ich nehme natürlich den Geheirten. Und da ist er. So, da ist er. Klein, aber fein. Wir werden sehen, ob er wirklich fein ist. Das werden wir erst im Battle sehen. Und das Problem ist natürlich, der Tenshi, der hat doch keine Ahnung, wie wir vom Fliegen. Hm, das wird jetzt wieder eine Katastrophe. Aber, ist ja okay. Ist ja okay, ich bin ja ein Noob. Dann darf ich das. Gut, dann sehen wir uns in der Schlacht wieder. Okay, da sind wir, der Tenshi, ein Flugbomber. Oh yeah. Wir fliegen rum mit unseren Flügeln und dann bomben wir alles tot. Das wird so einfach, das wird so einfach. Die haben ja nur, oh, ein Flug, da ist ein Flug-SMG. Der wird uns doch nicht etwa runterschießen. Das wäre nicht sehr freundlich von ihm. Ich hoffe mal nicht. Bin echt mal gespannt, wie das Ding fliegt. Bestimmt komisch. Wie fliegt man denn nochmal? Ich glaube, mit Space können wir nach oben fliegen, oder? Oder? Oh Gott, ja, komm. Oh ja, ich hab's geschehen. Oh, 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 oh. Wot the fuck? Oh, what the fuck? Ich muss mich erst mal dran gewöhnen. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Leute, das kann ja was werden. Das kann ja was werden. Und, treffe ich ihn? Natürlich nicht. Wuuu. Alter, oh Gott, ist das schwer. Wie kannst du damit fliegen? Das ist so, der reagiert, bei der kleinsten Kleinigkeit reagiert er schon. Ist ja abartig. Oh, es ist nur so Flugbattle hier, oh Gott. Ich muss höher zählen, okay. Noch höher, älter, gibt's ja gar nicht. Ist echt schwer. Treff ich, treff ich, yeah. Hä, wieso dreht ihr jetzt ab, wieso ist der abgedreht? Ach, Scheiße. Doch, ich hab ihn getroffen. Wuhu. Tenji hat geblasmat. Tenji hat geblasmat. Das hab ich nicht getroffen. Aber wenn man hier oben ist, dann bewegt er sich relativ, äh, äh, okay. Ich darf nicht mit Space nach vorne lenken, so. Oh. Oh. Oh, gar nicht, muss ich gar nicht so weit machen. Oh, ich treff ihn einfach nicht. Komm schon, Tenji. Come on, jetzt. Und. Yeah. Tenji ist der Mega-Bomber. Ich bombe diesen Kern da, bis er kaputt ist. Oh. Der Plasmacopter, der sich nicht bewegt, wäre ein geiles Ziel für mich, wäre, wenn ich treffen würde. Oh, oh. Und ich bin ein Flugzeug, das heißt, ich hab keinen Auftrieb mehr. So, fliegen wir mal so. Komm schon. Jetzt aber. Ach, du hast extra da, du hast da extra, du hast da extra diese Düsen dran gemacht, damit man noch schneller nach links und rechts düst. Oh, die schießen auf mich. Warum auf mich? Ich war die ganze Zeit friedlich. Oh. Ich war die ganze Zeit friedlich, ich hab nix gemacht. Ich hab nix gemacht, Leute. Oh, ich hab so lange nichts mehr geflogen in dem Spiel. Und, oh, knapp vorbei ist auch daneben. Ich treff einfach nix. Ach. Und jetzt aber, jetzt aber. Komm, 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 und? Was? Wir kriegen uns jetzt drüber. Oh, jetzt, jetzt, weil jetzt falle ich wie ein nasser Sack zu Boden. Miau. Äh, hallo? Hä, was, was, was ist hier los? Jetzt, geht doch, geht doch. Der Auftrieb war, alter, alter. Ich krieg, hä, kann ich nicht mehr richtig lenken, oder was? Komm, jetzt, geradeaus fliegen. Hä, warum fliegst du nur mal nach oben? Junge. Hä, ich versteh das nicht. Hat der mir irgendwas weggeschossen? Kann ich nicht mehr fliegen, oder was? Das gibt's doch gar nicht. Flieg einfach nur geradeaus, mein Freund. Einfach nur geradeaus. Geht doch. Oh. Ich krieg's nicht hin. Was ist los? Was ist los mit mir? Jetzt aber, komm, flieg. Ah, jetzt fliegt er wieder geradeaus. Kann das echt sein, dass ein was weggeballert wird, was man dann nicht mehr fliegen kann? Plasma-Bomber spotten. Ich versuche dir zu helfen, aber das schaffe ich natürlich nicht. Oh, Mann, jetzt wurde ich selbst getroffen. Oh, Gott. Jetzt war ordentlich, wurde ich getroffen. Die sind alle so ne, so ne, so ne, so ne, so ne übelsten... Wow. Ich kann nicht mehr lenken. Oh, fuck. Hallo. Oh. Lass mich in Ruhe. Ich hab dir nix getan. Ey, du bist so fies, ey. Du bist so unfair, ne? Du bist so unfair. Ey, ich kann damit nicht fliegen, Leute. Das ist echt schwierig. Aber das sind... Guck dir mal, hier, der ist auch so... Die sind alle so aufgebaut, ne? Die sind alle so, dass man, wenn man Space drückt, auf einmal so... Flup, übelst nach oben düst. Weil da eine Düse ist, die Düse, damit man sich schneller drehen kann. Ich finde das aber ziemlich krass, ey. Wie könnt ihr so spielen? Diese Reaktionsgeschwindigkeit ist so krass. Boah, der fliegt die ganze Zeit im Kreis. Hier, ich hab den mal für euch markiert, Leute. Damit ihr auch mal draufballern könnt. Oh, ich treff den... Hä? Was? Oh, hier ist ne Bauer. Oh, scheiße. Also, ich bin gerade voll die Bereicherung fürs gesamte Team. Ich glaub, die sind so froh, dass sie mich haben. Ohne mich würde hier gar nichts laufen, ey. Nichts würde hier laufen. Wie soll man denn aus der Entfernung so treffen? Ich muss irgendwie höher kommen. Ich muss höher kommen. Oh, geil. Ich bin gerade ein Level abbekommen. Da sind die Düsen noch stärker. Aber ich muss weiter vorziehen, Tenshi. Was machst du denn du? Bin ich schon wieder so rumgedreht. Das ist geträgt. Please don't heal me. Blablabla. Oh, ich hab ihn getroffen. Ich hab ihn mal getroffen. Ich treffe meine Ziele, Leute. Nein. Jetzt war ich so nah dran. Das hab ich nicht mitbekommen. Tenshi. Oh mein fucking Gott. What the fuck are you doing here? Oh, da geht doch eigentlich mal getroffen. Ah. Ah. SMG-Copter spotted. Oh. Oh shit. Irgendwas ist hinter mir. Die schießen von unten nach oben. Wie frech ist das denn, Leute? Wie kann man denn von unten nach oben schießen? Hier, frechen kleinen Bubis, ey. Oh mein Gott. Hilfe. Ich wollte sie gerade markieren. Das geht nicht. Jetzt hab ich natürlich diese 5 Sekunden-Scheiß. Hallo. Wie geht's euch schon? Alles cool? Ah, ich schaff's einfach nicht. Ich frag mich echt, wie Leute damit spielen können. Wie kriegt ihr da sowas hin? Das ist einfach nur abartig. Der Top-Fusion-Tower ist unter Attack. Meow. Meow. Komm, flieg hoch. Oh Gott, zu weit hochgezielt, äh, vorgezielt. Weil, der dreht sich auch so schnell. Weil, wenn du, wenn du irgendwie dein, 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 dein Unterseite so, so seitlich zeigen willst, damit du, äh, mal bomben kannst, dann dreht der sich sofort rum. Der dreht sofort irgendwie eine Kurve. Ist voll nervig. Wir sind ja schon wieder, oh Gott. Oh, wir können angreifen. Ich hab's nicht erwischt, ne. Und? Ja, ich hab's wenigstens ein bisschen erwischt. Shit, ey. Wo ist er denn jetzt hin? Yeah, gut getroffen. Florian Fritz ist unterwegs. Gut, gut zu wissen. Florian, nee, Fitz heißt der. Florian Fitz? Er darf nicht entkommen. Natürlich entkommt der wieder. Zum Glück ist mein Team so gut. Ich glaub, mein Team ist auf jeden Fall besser als ich hier um einiges. Oh, da unten ist ja ein Gegner, aber der braucht Hilfe. Scheiße. Alter. Was würdest du von mir? Was, wer auch immer jetzt gerade noch mich ballert? Der dritte Fusion Tower ist unter attack. Miau. Stürz, Fluch. Nein. Äh. Komm runter mit dir. Oh, dieser, dieser Schub. Dieser, dieser Space-Tastenschub, alter. Der ist so krass, äh, strong. Der ist so krank. So, ich lass mich einfach noch runterkleiden. Der dritte Fusion Tower ist unter attack. Ach, endlich. Puh. Okay. Miau. Und los geht's wieder. Los geht's wieder. Plasma Bomber spotted. Your bottom fusion tower is under attack. Ach, fuck, das ist abgedreht. Your bottom fusion tower has been captured. Was? You no longer have your clock cycle booster. SMG hoverspottet. SMG hoverspottet. Okay. Oh mein Gott. Los, treff, treff. Uah. Uah. Das Ziel bewegt sich wenigstens nicht. Das kann man wenigstens irgendwie treffen. Also muss ich erst mal, wenn man sich so ein bisschen, wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt hat, wenn man sich dann gewöhnt hat, dass man ungefähr einschätzen kann, wie weit man, äh, hoch- und runterziehen muss oder so, dann geht's, ja. Was ist jetzt schon wieder los? Ach, schon wieder Luftströmung ab, 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 oder was? Your middle fusion tower has been captured. You no longer have your clock cycle booster. Plasma Bomber spotted. A player has disconnected. Your risk gone times have been reduced. Nein, da ist euch wieder einer abgehauen. Shit. Komm schon. Ja, komm, 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 komm. Nein, zu hoch gezielt. Oh, wenn ich labere noch was von wegen, dass man das, das hinkriegt. Was? Wo ist der nicht Schuss hingegangen? Äh. Das ist echt gefährlich hier. Schon wieder zu weit, ne? Oh, ja. Shit. Wie kann man denn an sowas vorbeischießen? So ein riesiges Ziel. Yeah. Ich bin getroffen jetzt hier. Oh, shit. Der hat mich entdeckt, der hat mich entdeckt. Ich werde sterben, ich werde sterben. Hilfe, Hilfe. Oh, oh, oh. Ich hab Schiss. Oh, fuck, Mann. Ist ja auch ein Highland, ey. Nee. Nett, 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 nett. Das kommt gleich, Leute. Glaub mir. Da war gerade übrigens ein Gegner. So. Jetzt. Ach, schön, dass wir noch einen AFK-Typen haben. Einer ist abgehauen. Einer ist AFK. Nice. Nice, einfach nur nice. Will ich hier jemand rumfahren sehen? Anscheinend nicht. Da ist das auch rot. Das müsste ich eigentlich mal zurückbomben. Hab ich gut erwischt, den Typ. Er wird sich aber gleich wehren. Aua. Und da währt er sich auch schon. Und. Shit. War noch nicht ready. Kacke. Ja. Ich hab das Gefühl, ich mach keinen Schaden, Alter. Wie viel, was für Level bin ich? Level 6. Das schlechteste Level, technisch. Krass. Oh, nice, nice. Hat doch gut gemacht. Hat doch gut gemacht. Hat doch alle gut gemacht. Wow. Wow. Der hat auch was gegen mich. Das ist, glaube ich, was Persönliches. Keine Ahnung. Hui. Versuch mich doch zu treffen. Ich bin ein fliegender Vogel. Niemand kann mich treffen. Wuhu. 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 Oh, was. Wieder mal vorne runter und sackt auf einmal. So, jetzt aber. Okay. Ich existiere irgendwie da. Mehr oder weniger. Ich krieg's schon hin. Ich krieg's hin. So, jetzt wieder hochfliegen. Jetzt wird weitergebombt. Da ist noch was. Die trifft man nicht aus der Flug. Der Flug ist echt schwierig, jemanden zu treffen. Nein. Was? Ach, mein Dings war wieder gedreht, bis zum geht nicht mehr. Man weiß manchmal echt nicht, wie man gedreht ist. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich schwöre. We all left over the map, getting picked off by fire, irgendwas. Was meint der? Stay together. Okay. Oder meint der den Geg- Oder sind das die Gegner, die das schreiben? Master Tango? Oh, ich eier schon wieder rum. Warum eier ich denn schon wieder rum, die Sau? Ich hab doch bloß 98% noch. Kann doch nicht sein. Sind die so instabil, die Viecher? Kann nicht sein. Oder ich bin einfach nur schlecht. Ihr müsst auch mehr markieren, Leute. Gerade auf die Bodenfahrzeuge müssen mehr markieren. Man sieht doch hier gar nichts. Was schießt denn der zum Beispiel? Der schießt auf den hier oben. Ach, kacke. Och, Mann, diese Plasma-Dinge, die da unten dran kleben. Nicht so einfach, die auszurichten. Yeah, voll erwischt. Der wird jetzt landen. Der landet auf jeden Fall. Aua. Shit, 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 shit. Mann, ich komm doch nicht mehr weg. Oh, fuck. Friss das. Ich hab mich nicht noch mal getroffen, ey. Oh, Gott. Wir werden das nicht gewinnen. Wir werden das nicht gewinnen. Ich glaub's zumindest nicht. Ich könnt doch eigentlich... No, never surrender, Leute. Uah. Your middle fusion tower has been captured. You no longer have your clock cycle booster. SMG hoverspottet. Ach, kacke. Plasma-Bomber spotted. Wir müssen die markieren. Wir müssen die alle markieren. Da unten sind die alle. Die hocken alle da unten rum. Fusion tower has been captured. Oh, fuck. Huh, dass ich die mal getroffen hab, ist ja schon ein Wunder. Scheiße. Ach, die wollen jetzt zu dem blauen Tower. Die haben schon... Die haben schon... Was? Die haben den schon? Alter, wie schnell geht denn das? Wie schnell könnt ihr hier sowas capturen? Ernsthaft? Was? Ach, ich bin schon wieder dumm gedreht. Oh. Dieses Gedreh geht mir so auf den Sack. Wie kann man denn hier sowas capturen am besten mit... Ah, jetzt schießt er natürlich zurück. Das erste Mal, dass er zurückschießt. Was? Oh, diese Plasma-Dinger. Ey, der dreht sich immer. Komm, drehst du dich nur seitlich, dann dreht der automatisch rum. Wie blöde. Hier, jetzt dreht er automatisch. Das ist zu nervig. Wie sollst du dich dann so schräg legen, um zu treffen? Das kannst du doch vergessen, ey. Ach, es hat schon... Also, die letzte Folge habe ich ja auch einen ausgedient. Ich glaube, ich bin echt ein Bodentyp. Ich bin ein Bodentyp. Entweder bin ich einfach zu schlecht, was ihr wahrscheinlich, äh, ja sagen würdet. Aber ich bin eher der Bodentyp. Ja, die haben ich erwischt. Nein. Ach, Mann. Die sind überall, die Gegner. Da fragt man sich. Okay, ich bin über ihn. Ich bin noch über ihn. Scheiße. Ich war noch über ihn. Scheiße, keine Chance. Keine Chance. Oh, Mann. Nubisches Fliegen, kann man dazu sagen. Nubisches Fliegen. Aber extrem. Ich, äh... Das Problem ist, ich fühle mich so ein bisschen, ähm... Nutzlos, was, äh... Tower Capture angeht und so. Vielleicht kann ich ja heimlich hier unten durchschleichen. Vielleicht kriegt das ja keiner mit. Oh. Ja. Kriegt keiner mit. Abgesehen davon, dass ich direkt schon wieder was auf die Fresse gekriegt habe von dem Typen hier. Oh, und ich schieße natürlich volle Kanne vorbei. Ihr dürft, ihr dürft aber nicht vergessen, dass ich, dass ich eigentlich Bomber... Wann habe ich das letzte Mal Bomber geflogen? Monate ist das ja. Monate und ich übertreibe nicht. Es sind Monate. Oh, das ist kacke. Ich muss mich schon wieder heilen fliegen, habe ich das Gefühl. Ich bin bei 92%, aber... Ja, ja, so... Ja, ich krieg's hin, ich krieg's hin, ich krieg's hin. Außerdem ist hier was. Was ich wieder nicht treffe. Komm schon. Oh, geil. Wir haben ihn erledigt. Wir haben ihn erledigt. Wir haben ihn erledigt. Okay. Bottom Fusion Tower is under attack. Was soll man das für eine andere ist? Your bottom Fusion Tower has been captured. Wie schnell die einfach alles immer capturen, die Säcke. Ist aber auch so schwierig hier irgendwie. Vielleicht muss man sowas machen, wie ich grad mache. Komm schon. Nein, gib Stoff, gib Stoff, gib Stoff. Gibt doch Stoff. Ja, wir haben ihn gecaptured. Ich bin jetzt schnell weg hier. Du kriegst mich nicht. Ich hab so ein komisches Pattern. Oh, fuck. Fuck, was schießt denn da? Oh, fuck. Whiii. Ja, wenigstens noch Schaden gemacht am Turm. Nice. Your top Fusion Tower is under attack. Oh, fuck. Your top Fusion Tower has been captured. Nein. Ich fühl mich so scheiße. Ich fühl mich so scheiße. Oh. Everybody all YOLO off by themselves. Wieso, was soll ich denn machen? Wie soll ich denn hier zusammen mit jemandem spielen, mit so einem hässlichen Bomber? Wie kann man denn mit einem Bomber zusammenspielen mit jemandem? Wie geht denn das? Wie kann man sowas machen? Ich versuche ja die ganze Zeit, die Turm irgendwie zu capturen, aber da bin ich auch zu blöd für. Okay. Miau. Wir bomben uns hier einfach. Ich will ja... Nein. Oh. Und das war's. Das war's. GG. Wenn man Tenchi einen Bomber gibt, kann man nur verlieren. Dann kann man nur verlieren. Aber ich hab nochmal Schaden gemacht. Nein. Sollte ich aufgeben. Boah. Schlimm, ey, Leute. Schlimm. Das war richtig schlimm. Boah. Bomber spielen ist so... Oh, krank, Alter. Ja, krank ist das. Wie kennt ihr denn da mit Schlenken, mit sowas? Die ganze Zeit so drehen, drehen und dann... Boah. Ihr seid doch alle... Ihr seid alles ganz komische Leute. Das ist doch abartig, Mann. Das ist abartig. Oh, nein, Leute. Jetzt muss ich wieder ein Rating abgeben. Und wenn ich jetzt ein falsches Rating gebe, so von wegen... Ja, das ist scheiße, weil es aus meiner Sicht halt nicht so gut ist. Aber vielleicht sind alle Bomber so kacke. Äh. Kann ich auch später ein Rating abgeben? Nee, es geht nicht. Man kann ja nur dann 0 Sterne geben. Ist auch scheiße. Alter, so ein Kack. Keine Ahnung, wie ihr mit sowas umgehen könnt. Man drückt Space und... Das Ding dreht sich um die Ecke so. Wumm. Das kannst du gar nicht kontrollieren, Mann. Äh. Ihr seid schon kranke Leute. Ihr seid kranke Leute. Ich gebe mir einfach wieder 3, 3. Das ist immer gut. Das ist die Mitte. Ein bisschen mehr als die Mitte sogar. Aber ich habe keine Ahnung, Leute, wie ihr das macht. Wie könnt ihr mit sowas spielen? Krank. Ja, fehlen mir die Worte, Leute. Da fehlen mir die Worte. Okay, Leute. Nehmt es mir nicht übel, wenn ich so scheiße bin mit so Flugzeugs. Das nächste Mal nehme ich mal wieder ein Bootenfahrzeug. Da wird es hoffentlich wieder besser laufen. Gut. Dann würde ich sagen, ich war der Tetschi hier von Simpskanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ja, wie peinlich, Mann. cool. Z stories. Pfft. Pfft.